Und damit willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart Wii CTGP-R mit dem Weihnachtsupdate 2022. Da sind wir immer noch am Start mit dem Update, also um genau zu sein, mit dem Update 1.3.1140-2. Heute mit zwei Update-Strecken und zwei komplett neuen Strecken, auf die ich mich natürlich sehr gerne freue. Und dann wollen wir nicht lang schnacken, wollen wir direkt loslegen. Und wir fangen natürlich erstmal mit den Update-Strecken an, mal gucken, ob es da Änderungen gibt, ob die generell neu gemacht wurden, wie auch immer. Wir haben insgesamt heute vier Strecken, daher werde ich auch hier dementsprechend vier Strecken auswählen. Solo-Rennen und heute fahren wir mit Bowser Jr. Bowser Jr. sind wir schon länger nicht mehr gefahren und hat auch einen anderen kleinen Grund, warum ich mit dem fahre. Und ich habe mal wieder Bock auf ein Bike. Ich hatte in letzter Zeit Karts, jetzt muss mal wieder ein Bike her und wir nehmen dieses Bike hier. Ja, wir nehmen das und dann suche ich die erste Strecke raus. Die erste Strecke des Parts ist hier in dem blauen Münzen-Cup Ice Peak Mountain, sind wir in Part 44 gefahren. Das hatte von mir eine 2 Plus bekommen. Ist eine kleine winterliche Strecke mit einem Winterdorf, mit einer Winterhöhle, die sehr viele Farben hat. Und an sich war es eine ganz solide, ganz schön. Einziger Kritikpunkt so ein bisschen sind ein paar Löcher im Boden, die man nicht gleich sieht. Ähm, ansonsten ist sie ganz in Ordnung. Gucken wir uns die also mal an. Vielleicht hat sie auch Änderungen bekommen. Ich bin gespannt. Gut, da sind wir. Grafisch sieht sie schon mal gleich aus. Das kann ich schon mal sagen. Ich habe das nebenbei hier auch noch offen. Grafisch sieht sie komplett gleich aus. Was ich mit einem Schade finde. Na, generell kann ich ja mal kurz schon mal ein Fazit, ein bisheriges Fazit zum Weihnachts-Update bringen. Denn bisher bin ich vom Weihnachts-Update tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Nicht so dolle, weil wir hatten im letzten Part eine richtig schöne neue Strecke. Aber von den Update-Strecken bin ich ein bisschen enttäuscht. Weil, ja, wir haben ja schon die letzten Weihnachts-Updates uns angeguckt. Wir haben 2021, 2020 auch gehabt. Jetzt sind wir ja bei 2022. Also, ja, das ist das dritte Weihnachts-Update, was wir uns gemeinsam hier im Let's Play angucken. Und ich fand die letzten beiden, 2021 und 2020, einfach größer. Also, es gab in den Weihnachts-Updates viel, viel mehr zu sehen. Generell, finde ich, habe ich aktuell das Gefühl, dadurch, dieses Update kam im Dezember raus. Und, ähm, 25. Dezember. Und jetzt ist es März und es ist seitdem kein Update mehr rausgekommen. Das ist ungewöhnlich für Mario Kart wie CDK-Bear. Ja, normalerweise kommen Updates innerhalb von ein bis zwei Monaten raus. Liegt das vielleicht an den Booster-Strecken von Mario Kart 8, dass da dementsprechend hier jetzt eher weniger was gemacht wird? Oder woran liegt das? Ich habe da keine Ahnung. Das verwundert mich so ein bisschen. Und das könnte auch erklären, warum es hier nicht so viel gibt. Das ist halt noch so das, was man hier mit reinnehmen konnte. Aber sonst, ja. Hier diese Strecke zum Beispiel. Ich sehe hier keine Änderungen. Nichts so wirklich. Man kann auch rechts auf den Dächern fahren. Das zeige ich dann vielleicht noch in der letzten Runde. Aber an Änderungen sehe ich hier nichts. Die Gegner waren schon alle da. Die Textonen sind alle gleich. Irgendwo vielleicht eine kleine Änderung gemacht. Das ist gut möglich. Aber, ja. Dementsprechend bleibe ich natürlich hier auch bei der Bewertung von der 2+. Finde ich immer noch gerechtfertigt. Finde ich auch so in Ordnung. Und ja, das finde ich... Oh, guckt euch mal die Gegner an auf der Karte. Das ist mir im Let's Play gar nicht aufgefallen, dass da Gegner hängen. Oder ist das neu? Ich weiß es nicht. Warum hängen die da? Mann, Mann, Mann. Auf jeden Fall. Ja, das ist so ein bisschen... Ja. Die neuen Strecken sind cool. Die neuen Strecken sind cool. Ach, du Heilige. Okay. Biss nur das Kanz hier, das zu fahren. Tatsächlich die Dächer. Okay. Äh, ja. Die neuen Strecken sind alle sehr gut. Und sehr cool. Gerade auch die einen Strecke im letzten Part. Mal gucken, wie die 2 neuen Strecken des heutigen Parts sind. Und er hat mich... Ach, Bowser hat mich... Äh, ich hatte Bowser überrundet. Kann das sein? Ja, er war letzter Platz. Okay. Okay, äh, verstehe. Daher... Ja, die Update-Strecken eher nicht so gut. Die neuen Strecken umso geiler. Machen wir noch mit der letzten Update-Strecke des heutigen Parts noch weiter. Bevor wir zu den neuen Strecken gehen. Jetzt kommt wenigstens eine sehr, sehr schöne Strecke, die von mir damals eine 1 Plus bekommen hat. Und zwar Halogen Highway. Gefahren sind wir, die in Part 49. Und die war schon sehr, sehr cool. So ein bisschen außerirdisch. Ein Highway irgendwie im Aus... Ähm, ja. Auf... Außerhalb der Erde. Irgendwo auf einem Planeten. Oder irgendwie so. Daher... Ja. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Gut. Da sind wir. Ist das Wasser eventuell anders? Und der Himmel. Der Himmel ist auch anders. Der... Da war vorher nicht so rot, sag ich mal. Das Wasser könnte anders sein. Ich... Na... Na... Vielleicht ein bisschen heller. Vielleicht ein bisschen heller. Und der Himmel war doch schon feuerrot. Okay. Doch, doch. Grafiken sind noch gleich. Der Himmel war vorher auch schon so blau ins rote. So sonnenuntergangsmäßig. Gut. Genießen wir sie einfach mal. Genießen wir sie einfach mal. Ganz viele verschiedene Passagen. Ganz cool. Generell. Ganz cooles Zeug hier überall. Sehr abwärtsreich. Sehr groß auch. Dementsprechend. Und doch ganz nice. Also gehen wir sie erstmal lang. Hier durch den Tunnel. Dann geht man hier auf eine Autobahn. Und ich möchte nicht... Oha. Hier auf die Bombe drauf. Da rechts steht ein Auto. Äh. Das war gerade sehr knapp. Dann teilt sich hier der Weg auf. Wo wir hier dann nach links oder nach rechts gehen können. Ist beides so ungefähr dasselbe. Und hier links sind... Ich hab's der Außerirdische genannt. Aber man sieht. Er ist ein Creeper. Aber ich weiß nicht warum ich in dem Video nicht erkannt habe. Als ich die schon mal erfahren bin. Dass das Creeper sind. Ich hab da irgendwie gesagt. Das sind Außerirdische aus irgendeinem Film. Ich glaube ich hab die schon mal gesehen. Irgendwie so. Äh. Ganz strange. Auf jeden Fall sind da paar Creeper auch. Warum auch immer hier Creeper sind. Keine Ahnung. Dann geht's hier durch einen großen Tunnel. Der auch weniger cool aussieht. Und ihr seht ja schon. Sehr große Strecke. Warte. Ich seh. Ich merke gerade eine Änderung. Und zwar. Wir fahren jetzt statt drei Runden zwei Runden. Sonst ist man drei Runden gefahren. Jetzt nur zwei Runden. Was ich ganz gut finde. Weil es halt eine sehr sehr große Strecke ist. Die halt mehr cool ist. Hatte ich schon gesagt was ich der gegeben habe? Ich glaube ja. Ich hatte ja eine 1 plus gegeben. Doch. Hab ich gesagt. Hab ich gesagt. So. Komm. Bewegt dich. Bewegt dich. Was ich gut finde. Dass ich jetzt so weiter vorne bin. Weil in dem Part. Wo wir die schon mal gefahren sind. Bin ich die erste Zeit runtergeschubst worden. Was sehr sehr fies war. Weil ich dann einen kleinen Charakter gefahren bin. Und das bin ich da jetzt wohl auch mitlaufen. So wie Bowser Jr. Naja. Bin ich ganz froh als ich jetzt vorne bin. Und dann kann mich keiner runterschubsen. Ganz einfach. Ja. Und sonst sieht die auch sehr sehr cool aus. Wow. Das war knapp. War das Auto? Ja. Speed 60. Ich bin ein bisschen zu schnell. Ein bisschen tolle. Das ist schon Fahrverbotsbereich mäßig. 115 in der 60er Zone. Eieiei. Eieiei. Das ist Fahrverbot. Auf jeden Fall. Und einige Boote. Und auch 82 in der 60er Zone. Selbst das ist. Ist das schon Fahrverbot? 20 zu viel. Außerorts. Das war jetzt eigentlich auch noch. War das schon außerorts? Ich weiß es nicht. Innerorts ist das glaube ich schon Fahrverbot. Aber außerorts glaube ich noch nicht. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich halte mich doch an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Hoffe ich. Äh. Manchmal nicht. Aber dann. Meistens kriege ich. Wenn ich mich nicht daran halte. Kriege ich das nicht so mit. Wenn ich zum Beispiel irgendwo ortsunkundig bin. Heißt. Irgendeine Stadt. Wo ich noch nie war. Und dann. Ist jetzt hier 50? Ist jetzt hier 70? Ha. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ha. Aber gut. Ja. Strecke ist sehr, sehr schön. Ich bleibe wie gesagt bei einer 1+. Und. Finde ich. Ganz nice. Bitte lande ganz gut. Sehr schön. Und auch da hinten die Rakete. Äh. Was ich auch auf dem Plakat eventuell gelesen habe. Ist nach der Stadt. Das hatte ich. Als ich mir das Video angeguckt habe. Wo ich da schon mal vorhanden bin. Körbe Space Program. Habe ich glaube gelesen. Das ist ein Spiel. Ähm. Wo man halt. Ja. Umwohin fliegt. Oder sowas so. Ich habe das Spiel auf Steam. Ich habe es glaube ich auch schon mal ausprobiert. Glaube ich. Ähm. Vielleicht kann ich mir das selber nochmal. Irgendwann mal angucken. Wer weiß. Auf jeden Fall. Ich glaube. Ist irgendwie auch an das Spiel angelehnt. Glaube ich zumindest. Gut. Jetzt erwarten noch zwei neue Strecken auf uns. Es gibt Strecken. Da weiß man sofort anhand des Namens. Welche Strecke gemeint ist. Dieses Mal Athletic Raceway. Kam im Weihnachtsupdate 2020 dazu. Part 75 sind wir sie gefahren. Das war eine Strecke mit verschiedenen Sportarten. Wo wir da so lang gefahren sind. An Fußballfeldern. Volleyballfeld. Schwimmbad. So ein Schwimmbecken. Und war doch sehr sehr cool. Hat von mir eine 2 Plus bekommen. Und ich fand sie sehr innovativ. Vor allen Dingen. Und sie ist jetzt leider rausgeflogen. Ich bin die auch gerne im Online-Momos gefahren. Und das war so eine Strecke. Die hat man sich gemerkt. Auch vom Namen her. Eben als ich das gelesen habe. Wusste ich. Ach. Die Strecke ist es. Interessant. Dass da ein Fußball. In der Itembox drin ist. Okay. Soll zur Art wirklich. Stadion sein. Das ist sehr lustig. wenigstens gibt es hier Pfeile. Also ich weiß wo es lang geht. Weil das war so ein bisschen meine Sorgen. Ich weiß wo es weiter geht. Und ich habe so an sich eigentlich alle im Strecke im Kopf. Mehr oder weniger. Ja und da kam jetzt eine neue Strecke mit rein. Und zwar. Und zwar. Bowser Juniors Ford. Und ich bin so oder so noch gerade im falschen Cup drin. Und darum habe ich auch Bowser Junior heute genommen. Weil ja. Fast wenn er eine neue Strecke bekommt. Dann kann man ihn ja ruhig mal fahren. Und ja. Die fahren wir dementsprechend jetzt auch. Ich bin gespannt auf. Generell. Ich finde das generell ganz cool. Dass auch Bowser Junior mal eine Strecke bekommt. Bowser Junior hatte noch nie eine Strecke. Macht das bitte häufiger. Oh was. Das ist eine Super Mario Sunshine Bemalung. Oh das ist alles. Oder? Ist das auch Super Mario Sunshine? Ich glaube fast ja. Auf jeden Fall ist das sehr sehr cool. Der Grafik. Okay. Links. Super Mario Galaxy Schiff. Sehe ich da. Boah ich bin sehr gespannt. Aber generell. Was mir gerade hier so wirklich auffällt. So manch andere Charaktere hätten auch noch Strecken verdient. Wie zum Beispiel Bowser Junior. Eine Kamekstrecke. Also ich meine in den offiziellen Mario Karts natürlich. Boah der Pfeil auch in diesem Grafikstil. Das ist ja nice. Und generell. Typisches Bowser Kart. Oder warte mal. Ist das vielleicht auch so ein bisschen an. Mario Nucci angelehnt oder so. Kann natürlich sein. Ich habe bisher auch gerade mit den Zeichnungen. Eine extrem coole. Die. Die 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 cool wie das. Und ich habe gerade ein paar Probleme hier. Hier. Ach da ist Lava. Die habe ich nicht gesehen. Aber egal. Äh komm. Fahr jetzt. Fahr jetzt. Also wir müssen jetzt hier ein bisschen was aufholen. Da hinten auch. Okay. Hier ist Superman Sunshine. Da hinten auch Luftschiffe. Und jetzt geht es hier generell auf ein Luftschiff rauf. Okay. Das ist cool. Das ist sehr sehr cool. Ich habe natürlich jetzt kein Item. Auch ein Planet. Auch ein Planet. Auch ein Planet. mehr wie dem auch sei. Wie dem auch sei. Ich finde das generell ganz cool. Auch die coolie so. Und was ist das da für ein Dach dort um. Das ist der Dach aus Super Mario Galaxy. Der erste Boss. Also der Boss der ersten Welt. aus Super Mario Galaxy 2 meine ich. Ja doch. Galaxy 2. Okay. Nein. Der eine Planet aus Super Mario Galaxy. Den kennt man. Den kennt man. Den kennt man aus. Super Mario Galaxy. Der eine Planet mit diesen Kristallen. So. Da links dieser Planet. Das ist auch ein Planet aus Super Mario Galaxy. Also alles hier aus Super Mario Galaxy. Außer die Zeichnungen. Oh natürlich. Ich will mir einfach nur die. Die. Den Planeten da hinten angucken. Das wird wahrscheinlich ein offizieller Planet da hinten sein. Ich gucke jetzt mehr auf den Planeten da hinten. Hinten. Aber ich weiß jetzt nicht welcher Planet das ist. Okay. Wir sind in der letzten Runde. Und ich finde das sehr sehr cool. Ich finde das sehr sehr cool. Abwechslungsreich. Grafik ist okay. Sag ich mal. Teilweise vielleicht ein bisschen zu pixelig noch. Aber sagen wir mal so. Die Zeichnungen holen das auch wieder raus. Die Lava fand ich hier dann nicht ganz so cool. Die müsste ein bisschen mehr rot sein. Und auch die Stelle ist generell ein bisschen. Ja. Super optimal. Ich bin bei einer glatten 1. In 1 plus da müsste so ein bisschen die Lava noch besser. Also Grafik noch vielleicht. Ticken besser. An manchen Stellen. Und noch dieser eine Sprung da verbessert werden. Aber ich finde die Tots sind sehr sehr cool. Ist eine schöne Überraschung. Ist eine sehr sehr schöne Überraschung. Kommt. Springt springt. Oder so. Na gut. Ich brauche halt eine Abweite. Weil ich will jetzt noch erst mal werden. Bitte. Das wäre sehr sehr nett. Ja. Falls ich hier irgendwelche Easter Eggs übersehen habe. So super mal Galaxy Referenzen. Oder so. Könnt ihr das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe versucht auf alles zu achten. Aber ja. Ich finde es cool. Auf jeden Fall eine 1 wert. Das auf jeden Fall. Eine Strecke haben wir noch vor uns. Eine neue Strecke. Und das wird bestimmt auch ganz cool. So. Cardwood Krieg ist rausgeflogen. Eine Strecke aus dem Maxi Pils Cup. Sind wir als brandneue Version in Part 62 gefahren. Ursprünglich in Part 2. Und es war eine solide Piste. Eine solide Strecke. Durchschnittlich sage ich mal. Hat von mir auch eine 3 bekommen. Und ja. War ganz okay. Grafisch mäßig sah so schön aus. Als ich die damals mit einer brandneuen Version gefahren bin. Wusste ich nicht wie die vorher. Äh. Foyeri Version. Außer. Damals hatte ich das noch ein bisschen anders gemacht. Mit den Updates. Das waren so die ersten Update Parts überhaupt. Die ich damals gemacht habe. Und. Ja. Cardwood Krieg ist jetzt raus. Ist jetzt nicht so schlimm für mich. Und. Das ist Cardwood Krieg. Sag mir jetzt ehrlich gesagt. Gar nichts mehr. Gut. Hier. Diese Strecke. Wir sind jetzt sowas schon eine Runde gefahren. Wie gesagt. Die sagt mir überhaupt nichts. So grafisch sieht die gar nicht mal so verkehrt aus. Schöne Wolken im Hintergrund. Der Boden sieht sehr schön hochauflösend aus. Allerdings ist mir einfach auf der Strecke zu wenig los. Ja. Und es kam die Eiscreme Festung rein. Eiscreme Fortress. Das kann ich mir darunter vorstellen. Ich bin sehr gespannt. Das könnte ganz interessant werden. Also der Name ist schon mal ganz cool. Der Name ist schon mal sehr sehr cool. Also von daher. Gucken wir mal. Oh. Ich kriege jetzt Hunger. Auf Eiscreme. Das macht hungrig. Und ich muss sagen. So vom ersten Eindruck her. Sieht die Strecke schon mal ganz nice aus. Drei Runden fahren wir. Zuerst außerhalb. So gesehen. Außerhalb ist die ganze Eiscreme. Sag ich mal. Und dann gibt es die Festung. Wo glaube ich keine Eiscreme mehr ist. Gucken wir mal. Das erinnert mich ja an die dicke Schikane. Ist glaube ich auch die Musik. Links gab es den Weg und die rechts den Weg. Links war wahrscheinlich eine Abkürzung mit einem Pils. Ich hatte in dem Moment einen Pils. Ja gut. Und. Jetzt geht es hier an den Schloss. Oh. Das Schloss sieht richtig cool aus. Das sieht richtig cool aus. Hier wird Eiscreme wahrscheinlich gelagert. Würde ich mal schätzen. Wahrscheinlich auch das Eiscreme Kingdom. Würde ich mal sagen. Und dann geht es hier um die Kurve. Keine große Strecke. Obwohl doch ein. Ist okay. Von der Größe her. Ist okay. Wir sind gleich bei 45 Sekunden. Sind gleich im Ziel. Ca. 50 Sekunden lang. Das geht eigentlich voll klar. Das geht voll klar. Ist eine schöne Länge. Standard sag ich mal. Nun sind wir mit einer Runde durch. Das hier ist wirklich dieke Schikane so. Mit den Haftpilms und mit dem Schnee. Jetzt würde ich da links lang fahren. Jetzt bin ich natürlich noch zusätzlich klein. Hab keinen Pilz. Ach du Eile. Das war. Mensch. Das war eine doofe Idee. Das war so eine doofe Idee. Gerade als kleiner Bowser Junior. Okay. Ich wollte euch das mal hier zeigen. Diesen Weg. Boah. Und das als kleiner Bowser Junior noch. Kann man hier über den Löffel fahren? Tatsächlich. Ist die auch ganz nice. Hätte ich da hochgekonnt? Ah ne. Ich glaube nein. Ich glaube nein. Aber doch. Ich finde die sehr sehr cool. Grafisch ist hier sehr sehr schön. Noch nicht eine 1 plus von der Grafik her. Aber doch schon im 1er Bereich. 1 bis 1 minus. So. Wenn ich nur die Grafik bewerten würde. Derdings hätte man auch langfahren können. Abwechslungsreich. Man hat einerseits draußen die Passage. Und dann hier im Schloss generell das. Und die Idee ist halt auch ganz cool. Also diese Strecke ist meiner Meinung nach auf jeden Fall im 1er Bereich. Wenn ich da jetzt langfahren. Wir fahren jetzt hier lang. Die Frage ist nur was. Okay. Grafischmäßig hier. Das Eis könnte ein bisschen schöner aussehen. Muss man einfach mal so sagen. Um mal generell zu überlegen. Wo könnte man noch. Hier ist ein alternativer Weg. Ich habe einen alternativen Weg gefunden. Ja mein. Okay. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Ich bin bei. Ich bin bei einer 1 minus. Ich war trotzdem eben noch am überlegen. Ob zwischen 1 minus und 2 plus war ich am überlegen. Und auch wegen dem anderen Weg. Entscheide ich mich jetzt für eine 2 plus. Äh. 1 minus meine ich. Find ich nice. Okay. Da hatten wir doch heute schöne Strecken. Und wenn die nächsten Tage für mich. Also aus meiner Sicht heraus. Kein weiteres Update kommt. Und dann war es das jetzt erstmal wieder mit Mario Kart Wii City GPR. Allerdings findet bald ein Livestream statt. Und zwar kann ich jetzt schon mal ankündigen. Wenn nichts dazwischen kommt. Ist dann. Heute müsste Mittwoch sein für euch. Der Part sollte am Mittwoch rauskommen. Und dann am Donnerstag ab 8 Uhr. Mario Kart Wii City GPR Livestream. Das ist zumindest der Plan. Ich hoffe das klappt. Falls ich was ändern sollte. Auf Discord werde ich das dann schreiben. Oder vielleicht auch. Je nachdem wie groß die Erinnerung ist. Vielleicht auch in den YouTube Beiträgen. Oder schaut einfach auf den Sendeplan. Den Sendeplan findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs ZEINCHEIDEN. Bis dahin. Tschüüß. Hasht та was in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.